Sag mal, hast du den neu? Ja. Oh, Hammer. Hammer. Weißt du, bisher war ich ja immer skeptisch bei Plasma. Aber das Ding ist schon fett. Oh, so süß. Süß, die Kleine, ne? Ja, passt hier. Ja, ach Mensch, süß. Sag mal, wo ist denn die Fernbedienung? Da, die silberne. Jetzt sind wir eingeschlafen, ne? Ins Bad! Ich hau mir meinen Arsch an! Oh, äh. So, wie geht denn das leiser, Morgusama? Das ist... Ich bin gerade gerade eingeschlafen. Das war so laut eingestellt. So, wie viel hat denn der gekostet? Keine Ahnung, ein Geschenk von Sat.1. Ist der genial daneben? Oh. Du hast den geschenkt bekommen? Ja. Mir hat Sat.1 noch nie was geschenkt. Ne? Ne. Ähm. Sag mal, weil wir gerade bei genial daneben sind. Äh. Immer wenn du bei uns bist, dann fehlen aus sämtlichen Garderoben die Süßigkeiten. Hast du da irgendeine Erklärung? Ja, wie machen wir's? Ja, wie machen wir's? Wir tauchen das Ding da hoch, hm? Sind Sie nicht zu zweit? Warten Sie, ich guck mal nach. Ne. Ah. Aber mein Problem ist, ich hatte als Kind Verdacht auf den Leistenbruch. Ich darf nicht schwer heben. Ja, also ich kann den Karton auch gerne an die Haustür stellen. Weil allein wuchte ich das Ding nicht da hoch. Was hätten Sie denn gemacht, wenn ich alt und blind wäre? Dann hätten Sie wohl kaum einen Plasmafernseher bestellt, oder? So. Sekunde. Oh, nee. Hallo, Frau Bruck. Erstmal, ähm, hier ist die Rolle Klopapier zurück, die Sie mir vor einer Woche geborgt haben. Es hofft mich nicht die gleiche. Sehr lustig. Ich sehe da viel Potenzial bei Ihnen in der Richtung. Mhm. Ich wünschte, ich könnte das gleiche von Ihnen sagen. Und da fliegen mir auch schon die Pornen um die Ohren. Ganz toll. Und tschüss, Frau Bruck. Äh, Frau Bruck, Sekunde. Ähm. Was ist? Ich habe unten einen Spediteur mit einer Lieferung für mich. Und ähm, na ja, ich darf ja leider nicht schwer heben. Weil Sie als Kind mal Verdacht auf einen Leistenbruch hatten. Ich weiß. Deswegen können Sie ja auch Ihre Altpapierstafel nicht runtertragen. Gucken Sie sich das mal bitte an. Überall liegen Ihre Scheiß-Prospekte hier rum. Herr Paslefka, was ist denn jetzt? Sekunde. Frau Bruck, hier ist der Superdeal. Wenn Sie mir helfen, meinen neuen Fernseher in meine Wohnung zu tragen, dann bekommen Sie meinen alten. Für lau. Na? So. Ich habe ein fleißiges Bienchen mitgebracht. Sehr zum Wohl übrigens. Noch eine Minute und ich wäre weg gewesen. Dann schlage ich vor, wir fangen an, bevor Sie wieder nüchtern werden, hm? Was soll denn der Scheiß jetzt? Ich habe hier ein Bier getrunken. Wenn Sie nicht in die Pötte kommen... Ah, war nicht so gemeint. Ich habe früher auch viel Bier getrunken. Super lustig, Herr Paslefka, oder? Jo. Pass auf. Sie da hinten, ich hier. Okay. Oh, ist die Scheiß so schwer. Stellen Sie sich mal vor, ich hätte das mit meinem Leistenbruch tragen müssen. So, mir nach. Pass auf. Ja. Paslefka! Entschuldigung, ich dachte, wir sind schneller. Ist das ein Arschloch? So, wunderbar. Und auch hier ein bisschen die Warte aushalten. Vorsicht, Stufe, Vorsicht, Stufe. Mann, wir wissen, dass hier Stufen sind, das ist eine Treppe. Ja, Entschuldigung, 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 ich wollte ja nur helfen. So, jetzt müssen wir hier ein... Scheiße! Ich kann das Ding nicht... Na toll. Herzlichen Glückwunsch. Ja, aber das liegen auch Ihre Fack-Prospekte hier rum. Ich hab's Ihnen vorhin noch gesagt. Ja, dann muss man bitte einmal schauen, wo man hintritt, wenn man sowas macht. Glaub ich hinten auch, oder was? Das war das Einzige, was Sie machen mussten, uns den Weg freiräumen. So, na klar, jetzt bin ich wahrscheinlich schuld, wenn Sie mir den Fernseher kaputt machen. Ja, hallo, ich bestimmt nicht. So, erzähl mir mal zu, du Kasper, ja? Packt's selber mit an, dann kannst du auch das Maul aufreißen. An Ihrer Stelle wäre ich jetzt mal ganz vorsichtig. Wenn Sie nämlich nicht alkoholisiert gewesen wären, hätten Sie das Ding auch nicht fallen lassen. Was soll denn die Scheiße jetzt? Ich hab ein Bier getrunken. Das weiß ich, wo Sie heute schon überall unterwegs gewesen sind. Mal hier ein Bierchen, mal da ein Bierchen, das läppert sich. So, Pastewka, mir ist das zu blöd hier. Ich mach den Abgang, hm? Ich hab auch noch was anderes zu tun. Sie bleiben schön hier. Und Sie schieben meinen Fernseher wieder in meine Wohnung zurück. Leck mich! Da bin ich doch mal sehr gespannt, was der Herr Heinen dazu sagt. Leck mich? Pastewka, wir können dann. Ja, wir müssen, ja gut, ich muss los. Hugo, du bist auch gleich dran. Ja, ja, keine Ahnung. Bis gleich. Tschüss. So. Ja, Pastewka? Ja, ja, Herr Heinen, schön, dass Sie zurückrufen. Hm, ja, Sie haben gehört, was passiert ist? Ja. Ja, wissen Sie, ich will da ungern jemanden anschwärzen, ne? Aber, äh, naja, ein Mitarbeiter hat einfach vor meinen Augen getrunken, ne? Das ist klar, ich hab auch eine Zeugin. Wir bräuchten jetzt nur einen Bruch von Ihnen. Sekunde. Ja. Ja, ich mein, es ist ja auch nicht in Ihrem Sinne, äh, äh, Herr Heinen, wenn da noch mehr zu Bruch geht, sozusagen. Bis zur Markierung, wenn's geht, ja. Da vorne sind Sie ungestört. Ja, Herr Heinen, da musste ich auf einem neuen Fernseher bestehen. Klar. Ja. Ja. Machen wir's doch einfach so. Ich bin, ich bin ab, äh, vier Uhr zu Hause und warte. Ja? Ja, ist doch nicht Ihre Schuld, Herr Heinen. Alles klar, ja, wiederhören. Tschüss, danke. Danke. Bis zur Markierung? Ja, sonst kriegen wir's vom Labor zurück. Die brauchen wohl so viel. Herr Bostefka, alles in Ordnung? Können Sie grad nicht? Hä? Doch. Läuft. Sekunde noch. Ist der immer noch drin? Was macht der denn? Ist das der Balder? Hat Schwierigkeiten mit der Urinprobe. Bastian, was ist, kannst du nicht? Mein Gott, in der Zeit mach ich dir einen Becher dreimal voll. Ja, ja, du natürlich. Hau bloß ab. Großartig. Tschüss, tschüss. Ist der weg? Hubo, ja, ja, der ist weg. So. Ja, wir hätten's auch drin lassen können. Ja, ich weiß, aber mir ging wirklich nicht. Ist dermaßen kalt bei Ihnen auf der Toilette. Aber ist fast bis zur Markierung. Wir hätten eigentlich nur eine Urinprobe von Ihnen gebraucht. Nein, na? Mhm. So. Scheiße, das hab ich befürchtet. Also, alles in Ordnung. Mhm. Na dann, willkommen in Phase 2. Mhm. Hm, ist das schon unser Kind? Nein. Ja? Wahlzeit. Hugo, Mensch, siehst gut aus. Ja. Tschüss, Schatz. Tschüss. Über Phase 2 reden wir noch? Ja. Lass auf. Ja, wo ist das? Gute Besschen sehen. Danke. Grüß deine Damen. Tschüss. Ciao. Na, darfst du wieder aus dem Bett? Ja, wir halten mich nur so lange hier, bis ihre Cabrios bezahlt sind. Komm, ich hab ja auch so dich. Oh mein, Schubo. Ich weiß gar nicht, ob ich nach der Geschichte mit uns so ein Geschenk verdient habe. Komm mal auf. Wir haben beide Scheiße gebaut, oder? Stimmt. Wir sind ja keine Zwölf mehr. Ganz was Feines. Aha. Hier. Der passt jetzt auf dich auf. Nee, ne? Dank dir. Ist das der profitlich? Was machst du denn da? Schon ein bisschen laut, oder? Ja. Schon ein bisschen laut, oder? Für... Nein, nein! Bei nerf mehr! Bei deinem Atter. Bei